Guten Morgen! Es ist Dienstag, der 10. Dezember und heute hat unser Elf Lukas sich ausgedacht, dass wir ein paar Weihnachts-Ausmalbilder malen. Die Ausmalbilder findet ihr alle auf der offiziellen Seite vom Elfen im Internet. Ich kann euch gerne den Link unten in die Infobox setzen, da können euch eure Eltern dann helfen, das auszudrucken. Wenn ihr Lust habt, auch ein paar schöne Weihnachtsbilder auszumalen.